Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Andreas Heinzmann und ich bin Professor an der Technischen Hochschule Rosenheim. Wir befinden uns auf dem Laborgelände der Technischen Hochschule und sind schon in Vorfreude und Vorbereitung für die erste Rosenheimer Ligna-Konferenz, hier mitten auf dem Campus in Rosenheim. Die Schwerpunktthemen der Ligna-Konferenz haben mit Holzbau, mit Bioökonomie und der digitalen Transformation zu tun. Mit spannenden Vorträgen werden diese Schwerpunktthemen zum Leben erweckt. Wir konnten verschiedene Vortragende aus der ganzen Branche gewinnen, die Ihnen den Blick in die Zukunft und in die Herausforderungen der Holzindustrie weisen werden. Vielen Dank.